Moin Moin, willkommen zurück zu Tunic. Wir haben jetzt gerade den Bibliothekan besiegt oben und ja, ich eie jetzt mal kurz zu diesem Port zurück, einfach weil wir hier nichts mehr machen können und wir von da aus uns ja überall hin teleportieren können, wo wir wollen. Deswegen gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen, äh, gehen können. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, muss ich zugeben. Was war das Schwert hier, ne? Können wir nichts mitmachen? Okay. So, also das bringt uns gerade gar nichts, macht aber auch nichts. Wir gehen nochmal hier rum. Wo war das hier nochmal hin? Oh, weiß ich nicht mehr genau. Wir sind so stark, dass wir die einfach so platt machen, oder? Äh, mal komm, wir gehen mal hier hoch. Ah, so. So, hier ist auf jeden Fall der Typ, wo wir was kaufen konnten, aber ich glaube, wir haben nicht genug Kohle. Ich hätte uns noch eine Getränkfläsche gekauft, aber wo sind wir hier? Okay. Aber wie man sieht, sind da ja hinten auch so ein paar Stimmgabeln, die könnten wir natürlich auch mal holen, weil da unten sehe ich eine, da unten sehe ich doch eine Truhe. Und da ist eine Stimmgabel. Also wir müssen hier auf jeden Fall wieder, wir müssen hier auf jeden Fall hoch, ähm, Richtung Berge. Müssen wir mal gucken. Wollen wir mal. Die Frage, wie wir da am besten nehmen können. Mal kurz hier reingucken, komme ich da durch, wenn ich da links gehe? Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Wir testen es mal. Das ist dieser Ostblock, äh, dieser Turm, den wir da gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wo es hingeht hier. Muss ich zugeben. Achso, okay, warte mal. Hier haben wir den Typ besiegt, den Boss, aber das ist verkehrt hier. Wir sollen ja nach oben. Wir müssen ja nach oben, also müssen wir ganz von der Weg. Hoch. Hoch. Kommen wir hier vorbei? Dann kommen wir nicht vorbei, okay. Hier links laufen, zurück. Hier können wir runter. Kommen wir da, kommen wir da rüber, genau, okay. Ah, hier ist auch eine Stimmgabel, guck mal. Ich sag mal Stimmgabel, das sieht ja aus wie eine Stimmgabel, oder? Ah, guck mal. Genau, hier wollte ich einmal längs. Oh. Das ist ja noch ein Weg eigentlich. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Haha, guck es mal an. Die haben wir vorher gar nicht getestet, obwohl man eigentlich weiß, dass bei jedem Wasserfall immer ein Geheimversteck ist, ne? Und den habe ich überhaupt nicht erwartet. Oh, was ist hier denn? Was kann man hier machen? Wollen wir beten? Komm, hier beten? Prägt nichts, ne? Hm. Dann darf ich da vielleicht eine Münze reinwerfen können? Ah, ich weiß nicht. Gut, gehen wir jetzt mal weiter? Okay, hier links. Ah, komm hier. Na ja, Affen. Dann ist ja auch eine. Kann ich einmal runterkommen zur Truhe. Und bekommen so eine wunderschöne Karte mal wieder. Kurze vorbeirennen. Wo kommen wir denn da hin? Ach, Quatsch. Oh. Dann kommt man da längs. Okay. Da müssen wir nicht längs. Wollen wir hier links gehen? Kommen wir hier auch irgendwo hin? Geht ne Leiter hoch. Dann hochgehen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hinter diesem Tor. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir denn da? Wo ist die Übersichtskarte? Da. Wo bin ich denn? Da bin ich. Verbotener Pass. Okay, dann lassen wir mal längs gehen. Okay. Ach, guck mal, das ist wie so ein Quader. Oh, da können wir sogar rüber. Den lassen wir doch mal reinballern hier. Oh, da können wir schon Energie sammeln. Sehr schön. Oh, die geht auch weiter. Okay. Das ist groß. Da ist noch einer. Machen wir auch Strom rein. Halt, der ganze Display hier, dass er Dings vibriert. Controller. Diese Speicherstelle. Wie cool ist denn das? Ich liebe Speicherstellen. Okay. Wir sind im Steinbruch, wie man sieht. Okay. Was ist das denn? Warte mal. Oh, ich verliere mein ganzes Leben da. Seht ihr das? Habt ihr gesehen? Ich habe mein ganzes Leben verloren. Scheiße. Aber es ist alles runtergegangen. Nicht nur mein Leben, sondern das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Also darf man an denen nicht zu dicht rankommen? Wer schießt denn auf mich? Da schießt doch einer auf mich. Da oben. Oh. Okay. Okay, okay. Ich bin jetzt noch ein ganzes Leben. Ja. Tschüss. Schnell vorbei rein, bevor ganz das Leben wegsorgt hier. Okay. Alter, trifft er mich denn die ganze Zeit so doll? Oh. 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 Na, den kann ich hier hochholen zwar. Den kann ich tatsächlich. Nein! Oh, gedacht schon. Okay, geht's auf jeden Fall noch eine Treppe hoch? Da. Einen über hoch. Ich war hier schon mal aber von der anderen Seite. Also ich bin von der anderen Seite reingekommen. Durch das Schneegewölbe bin ich gegangen. Hm. Jetzt kommt man von der Seite, okay. Warte mal. Ähm, warte mal kurz eine Idee. Ich hab hier noch so ein paar... Oh ma jetzt! Wo ist dieなん der Be forming? Oh na. Das merge ich an zu. Pulsivismus ist im Tutnikant. Ich brauche die Scheuk. Nein! Oh, dieser Affe! Wieso kann ich da nicht durch? Ich kann gar nicht rauf! Ist doch blöd! Wieso, das Ding hier liegt hier im Wasser, weil wir auf der anderen Seite rüber. Projizieren. Oh! Abgestürzt, das Kloster! Okay, da können wir auch nicht längs. Warte! Ich will hier bloß auf, wir leben hier an das. Das ist ein Schalter, wir sind kurz hoch. Okay, aber ich glaube, das kann ja nicht richtig sein. Wenn wir die ganze Zeit Leben verlieren, müssen wir doch irgendwas finden, was uns das Leben wiedergibt oder irgendwie sowas, glaube ich. Das ist ja ein bisschen zu happig, wenn man da jetzt gerade rausgesaugt wird, das Leben von einem. Okay. Also eigentlich sind auch alle Kisten auf hier, kann das sein? Es gibt ja keine Kiste, die zuhört doch da. Was können diese Karten, frage ich mich. Okay, was ist das denn hier? Hier kann ich noch irgendwas reinsetzen? Ach, warte mal, warte mal! Das checke ich jetzt jetzt! Das checke ich jetzt jetzt! Das hatten wir doch schon, da war doch irgendwas mit diesen Karten da, warte mal! Da! Orange war ein Gefahrenring, wo ist diese Maske da? Maske des Plünderes! Aura-Juwel, dämpfende Glocke, Glücks, Armschen, Tinktur, Glücksbecher. Ich glaube jetzt können wir, warte mal, ich will mal gucken, ich glaube jetzt können wir diese Gefahren, sind jetzt egal bei uns, kann das sein? Warte, ich habe noch was anderes zu probieren. Was haben wir noch da so? Äh, noch nichts? Guck, welche Auswirkungen das hat hier. Hm, wir nehmen erstmal das hier. So. Keine Ahnung wofür das gut sein kann. Aber diese Maske kann uns vielleicht helfen, dass wir hier nicht unbedingt mehr Leben verlieren. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber das klingt für mich irgendwie logisch, ne? Oh, hier! Abkürzungsweg. Naja, mehr oder weniger. Doch, hier, ganz runter. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wird nicht so viel Sinn, ne? Können wir auch wieder oben reingehen? Soll ich, wenn wir sterben, dass wir hier schneller hinkommen können, von der anderen Seite? Kann natürlich sein. Gut. Können wir mal reingehen? Und jetzt testen wir mal, ob wir das das bringt, wenn wir diesen Dingern an dem anderen Kram vorbeigehen. Könnt ihr euch gut vorstellen, aber wer weiß. Was? Ganz ehrlich, es erklärt zwar einiges das Spiel, aber eben nicht alles. Man muss einfach nur lesen können, ne? Schon dumm zum Lesen bin ich. So, ich bin gespannt, ob das was bringt. Ne, bringt gar nichts? Oh, das bringt wirklich gar nichts. Ich habe ja nicht mehr, sterbe ich jetzt ja. Oder auch nicht. Okay, bringt uns gar nichts. Außer Schmerzen. Aber, oh fuck. Wir haben fast kein Leben, aber wir können jetzt mal hier unten runter gehen. Ich bin hier nicht. Längst. Ne, bringt gar nichts. Da kommen wir nicht durch, ne? Da stehen wir ja gleich. Ich speichere mal kurz hier. Dann kriegen wir hoffentlich unser ganzes Leben wieder, ne? Ja. Hä? Können wir nicht runter machen hier? Okay, feinig. Hier ist ja auch ein Stück zerstört, wie man sieht, ne? Ich habe ihn in seine Bombe reingezogen. Oh, wir gehen. Und du Maffe. Da ist er. Hmm. Der wird zu ihm. Oh! Das ist doch nie normal mit mir. Wir müssen mit dem Schild. Okay, ich kann nicht links. Alter. Was ist da? Oh Mann. Da kann ich gar nicht treffen. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal, ich glaube wir müssen... Nein, wir müssen nicht hoch. Hier links vielleicht? Ja, guck mal. Gegen die Flasche geballert. Voll vorsichtig. Es gibt ja gar nicht einen Weg. Es gibt nur diesen Weg hier nach oben. Wo können wir denn noch hin? Gab es noch nichts mehr oder bin ich verkehrt? Wir müssen kurz aufnehmen. Da ist der Steinbruch. Hm, hm, hm. Kloster? Irgendwo ist man in der Kerze. Okay. Hohlraum. Irgendwo gibt es noch eine Waffe hier. Niedrige Giftwolke. Dafür haben wir die Maske benutzt. Okay. Okay. Wir gehen mal runter hier. Warte mal runter. Warte mal, warte mal. Es gab noch einen anderen Weg hier hinterher. Ich habe kein Leben allerdings. Okay. Gut. Ah, da unten ist eine Truhe. Okay. Aber hier geht es auch noch unten weiter. Ist der ein ganz versteckt hier bei uns? Naja. Ah, guck mal. Hier ist natürlich schon mal eine Brücke, die wir setzen können. Das machen wir direkt mal. Auf einem einfachen Grund, dass wir natürlich auch die Tour haben wollen da drüben. Ah, sehr gut. So. Ah, dann können wir jetzt mal hier weiter gehen. Wo kommen wir da hin? Ich teste jetzt mal, wo wir hinkommen überhaupt. Okay, hier können wir nichts machen. Hier können wir einfach mal runter gehen. Aber ich gehe einmal da oben längst nochmal. Weil ich auch nicht so viel Leben habe. Müssen wir jetzt ja nicht jeden Fight mitnehmen. Das machen wir noch, aber nicht jetzt. Okay. Gehen wir hier unten längst. Das ist die einzelne Truhe. Kohle. Die schießen da irgendwas mit Pfeilen. Da kommen wir jetzt aber nicht hin. Oh, hier kommen links. Was ist hier drin? Bisschen Munition. Wollte ich gerade sagen. Ein paar Münzen. Gut. Wir müssen doch mal hier oben längs. Blöd. Warte mal. Kann ich nicht. Hatte ich ihn noch einmal hier? Da. Fakt. Gut. Wer drückt, kann ich auch noch holen, oder? So. Dann werden wir gerade da gehen. Okay. Dann gehen wir runter gehen. mein gott ich muss sagen das ist ganz schön verdreht hier alles ohne die maske werden wahrscheinlich nur drauf gehen ist gut dass wir die haben aber wo müssen wir hin ist die frage runter komme ich hier nicht irgendwie da liegt eine leiter aber die kann ich ansetzen wir sind jetzt von der leiter runter gekommen also das heißt wir müssen hier irgendwo längs aber wie ich habe keinen weg nach oben zu kommen wieder ich glaube nicht verdammt ach du scheiße hängt er jetzt irgendwo fest oder was ich sehe gerade nicht wo wir hier hin müssen um es zugeben es ist auch kein haken wo ich mich ranhaken kann es kommt hier richtig viel Giftwolke aber warte mal kann ich da hinten rum hier warte mal hier runter vielleicht ja ok das ist aber auch schon echt immer man muss auch wirklich viel suchen hier muss man einfach mal sagen also positiv dass man nirgendwo runter stürzen kann da kann ich jetzt den Weg längs laufen mit der Zugbahn aber guck mal hier ich habe keine Ahnung ob das richtig ist aber wir müssen jetzt mal irgendwo hinlaufen ich habe ein Fragezeichen hier sieht man tot aus hier sind wir noch eine goldene Tür ok ich hoffe es kommt ein Speicherpunkt sind wir geliefert oh mein gott wo geht es hin krass ok im inneren des Zertifikat hier ist Circurato das könnte eine Speicherstelle sein hoffe ich zumindest hier ist zwar eine ok warte mal ich habe doch noch etwas eingesammelt oder nicht ich glaube ich habe noch etwas eingesammelt ja hier Verteidigung machen wir auch wieder höher kranker Scheiß kranker Scheiß yes so machen wir die Folge ein bisschen länger heute damit wir auch mal sehen was hier noch passiert so guck mal das passt doch tut aber also schießt man sicherlich kann uns auch liquid sein Oh, ich kann nicht hochfallen. Kann ich mir nicht überbeben, schade. Aber von die Hunden vielleicht? Nein, kann ich nicht. Falscher Weg, falscher Weg. Boah. Oh. Fuck. Oh, das waren bestimmt viele von denen, ne? Soll ich mal weiter weg abballern vielleicht? Mal gucken. Oh, jetzt finden sie. Keine Lust, mich lange mit ihr aufzuhalten. Okay. Oh, jetzt bin ich. Ich komme von der Seite hier hoch, okay. Denken wir aber nichts. Das hat er die Brücke da gemacht, okay, das ist natürlich schon schön. Ich muss noch nicht bei den Robotern vorbei. Komm schon. Cooler Roboter. Nicht verkehrt, den muss ich mir nochmal angucken. Ich dachte, ich könnte mich da nur hinbeamen, aber da war wohl nichts. Ich denke, ich kann mich nicht verkehrt, aber ich kann mich nicht verkehrt. Alter, was ein fieses Gerät ist das denn, ey? Vielleicht noch so ein mieses Viech da in der Mitte raus, oder? Geht ja gar nicht. Okay, hier muss ich runter. Trink mal gleich was hier. Na, guck mal, ein bisschen Ausdauer, äh, ein bisschen Magie, meine ich. Ne? Ne, wo geht's hier runter? Da. Die Richtung ist, ne? Ja. Da war hier irgendwie ein bisschen verkehrt. Dann gleich wieder oben. Dann wollen wir hier runter. Und wer ist das denn hier bitte da? Dann wollen wir da rein. Mann! Ablegung. Okay. Okay. Ich kann hier nichts machen, okay? Ich dachte, ich müsste da jetzt irgendwas machen, aber muss ich auch nicht. Einige von denen gefangen hier alles. Okay, jetzt gehen wir weiter runter. Hier werden die nicht mehr gebaut. Ach, da kommen die Viecher rein, diese Dinger. Ja, habt ihr es gesehen? Okay. Hier ist er hier bei der Speicherstelle. Und genau hier stoppen wir auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Turpack. So Chiye. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020